OxyArm, unser offenes Sauerstoffzufüßsystem, erhältlich wahlweise mit Nasenbrille oder mit Diffusor. Bei der Verwendung mit dem Diffusor zeichnet sich ganz klar ab, dass sich schon nach kurzer Zeit Ihre Nasenschleimhäute erholen können, da kein direkter Kontakt mehr zu den Schleimhäuten besteht. Richtig vor dem Mund oder der Nase platziert, erhalten Sie mit Dauerflow die gleiche Sauerstoffmenge wie durch eine gewöhnliche Nasenbrille. Sehr angenehm ist auch das Tragen des nur 80 Gramm leichten Headsets. Es besteht kein Wangen- oder Ohrenkontakt, sodass Hautreizungen vermieden werden. Bereits bestehende Wundstellen heilen ab, da kein Reibungskontakt mehr entsteht. Nach einigen Telefonaten mit unzufriedenen Kunden, die bemängelten, dass das alte Modell, wie Sie hier sehen, am Kopf zu eng anliegt, haben wir von der Firma MEC die Initiative ergriffen und im November 2006 eine Meinungsumfrage gestartet. Dank der Mithilfe und der Bereitschaft der Kunden, Aussage über dieses graue Headset zu treffen, konnten wir schließlich die Hersteller von verstellbaren Bügeln überzeugen, sodass wir nun für sie diese Headsets mit verstellbaren Rastern am Bügeln präsentieren können, welche sich individuell der Kopfform anpassen. Eine wesentliche Aussage, die von mehreren COPD-Patienten bestätigt wurde, ist wohl, dass bei der Kontrolle der Sauerstoffsättigung kein Unterschied zur bisher verwendeten Nasenbrille festgestellt werden konnte. Einige Patienten sagten mir am Telefon, angewiesen auf eine 24-Stunden-Sauerstoff-Therapie, bin ich für eine stundenweise Entlastung durch das Headset am Tag aufgrund des offenen Systems sehr dankbar. Überzeugen Sie sich einfach selbst von den Vorteilen dieser Artikel. Gern stellen wir Ihnen nach Rücksprache ein Muster Ihres Favoriten zur Verfügung. Alle Artikel sowie Ersatzteile wie Diffuse oder Nasenkanüle sind jederzeit bei uns erhältlich. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern bei der richtigen Auswahl. Das ist ein Muster Ihres Favoriten. Dann können Sie gern bei der Schleimas zusammenfalten, Wir werden hier in der Schleimung abonniere mit der Schleimung abonniere.